Ja, hallo, hier ist mal wieder Thomas Klein mit einer weiteren Buchvorstellung und zwar von Stefan Mehrath. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und der stellt sich da die Frage, oder stellt dem Leser die Frage, bist du ein echter Unternehmer? Und hier nur ganz kurz eine kleine Sache, die ich hier rauspicken möchte, und zwar, wenn es einem Unternehmen nicht so gut geht, unterscheidet er grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Typen von Unternehmern. Der eine ist der Profitorientierte und der würde dann seine Kosten minimieren, wahrscheinlich seine Mitarbeiter entlassen, kürzen, den in die Hölle heiß machen etc. Ihr könnt euch schon denken, das ist die schlechtere Variante. Und der zweite Unternehmertyp ist der kundenorientierte Unternehmer. Und der wird sich darauf konzentrieren, den Kundennutzen zu erhöhen. Darin liegt die Schmalz im Gewürz oder der Hasen im Pfeffer, damit der Laden wieder läuft letztendlich. Denn wenn der Kundennutzen erhöht wird, wird der Kunde letztendlich mehr Geld zahlen, mehr Budget locker machen, Word of mouth, also Empfehlungen machen und das Unternehmen wird wieder letztendlich auf die Füße kommen. Hol dir mal das Buch von Stefan Mehrath. Ich finde jetzt nicht wirklich 100% alles gut, was der so sagt, oder ich kann es nicht nachvollziehen. Aber es ist es wirklich wert. Es ist ein bisschen teurer, aber holt es euch und dann kauft es meinetwegen, wenn ihr es durch habt, wieder auf Ebay. Okay, bis dann. Bis zum nächsten Buchsvorstellung. Euer Thomas Klein und tschüss. Bis zum nächsten Buchsvorstellung.